Ich habe da bei Ibi mal wieder eine Auktion gefunden, weil ich da mal wieder viel zu oft vorbeigeschaut habe. Und da gab es 32 Tankwagen in Originalverpackung abzugeben, relativ günstig. Und wenn man die Auktion im Sofortkaufen beendet, wurden sozusagen noch als kleines Schmankerl obendrauf 10 weitere Wagen ohne Packung dazugegeben. Und ich habe dann kurz überlegt, mir die Wagen angeschaut und festgestellt, damit kann ich doch das andere in meinem Bestand, was mir noch fehlt, auffüllen. Und habe dann zugeschlagen. Als ich das Paket dann hier geöffnet habe, waren dann sogar 15 Wagen ohne Packung beigelegt. Und das hat mich natürlich ganz besonders gefreut, dass das noch ein paar mehr waren. So sind im Grunde genommen hier 47 neue Tankwagen bei mir angekommen. Das war für mich dann wie so ein kleines nachträgliches Weihnachten. Und um welche Wagen es in diesem Video geht, das möchte ich euch jetzt zeigen. Und zwar geht es um meine favorisierten Wagen, dieser Kesselwagen. Für mich sozusagen die zweite Generation aus der 4000er Serie von Märklin. Hier auf dem Außenkreis unterwegs hinter der V100. Vorhin angeführt von den BP-Wagen und die anderen Mineralölgesellschaften folgender. Und für mich deshalb die zweite Generation aus den 4000er Wagen von Märklin. Denn nach 1957 hat Märklin umgestellt auf die vierstelligen Nummern. Und auf der linken Seite seht ihr die erste Generation dieser kleinen Kesselwagen, die ab 1957 so vertrieben wurden. Die Modelle wurden teilweise noch von den 300er Nummern übernommen. In der Mitte haben wir dann die von mir favorisierte Form. Diese gab es in den ersten Ausführungen ab 1967 von Märklin auf dem Markt. Beide haben eine Länge über Puffer von circa 10 Zentimetern. Und auf der rechten Seite dann die dritte Generation, die für mich jetzt hier noch interessant ist. Danach gab es natürlich noch neuere Kesselwagen-Modelle von Märklin. Aber das sind die drei Varianten, die für mich interessant sind. Und auf der rechten Seite dann das letzte Modell, was ich hier vorstellen möchte. Diese Modellvariante wurde ab 1977 von Märklin ins Programm aufgenommen. Teilweise wurden die älteren Modelle auch noch weiter produziert. Das heißt, wenn das neue Modell auf dem Markt kam, bedeutet das nicht, dass die alte Serie komplett eingestellt wurde, sondern teilweise lief das noch eine ganze Zeit lang parallel. Und das hier ist mein persönlicher Favorit dieser Kesselwagen. Diese wurde ab 1967 eingeführt. Hier ein Katalogbild aus dem 1968er Katalog. Denn der Eralwagen wurde erst 1968 von Märklin ins Programm aufgenommen. Gemeinsamkeiten sind hier in der Märklin-Beschreibung Kesselwagen, zweiachsig Modell des Einheitskesselwagens der DB mit der Beschriftung, in dem Fall BP. Kessel mit Einfüllstutzen grün, Laufsteg und Leiter schwarz, untergestellt schwarz, auf einer Stirnseite Plattform mit Geländerlänge 10 cm. Und anfangen möchte ich mit dem Totalwagen, der ab 1967 erhältlich war. Er wurde produziert von 1967 bis 1971 unter der Nummer 4645. Und Märklin hat da nur eine einzige Variante herausgebracht. Und als nächstes kommen wir dann gleich zu einem der Neuzugänge, die jetzt hier in dem Paket mit dabei waren. Und zwar eine Shell-Variante. Der Wagen entspricht wohl der 4642. Stammt aber aus der Packung 29855. Dies war erhältlich im Märklin-Programm von 2001 bis 2004. Für den Wagen selbst gibt es keine Originalverpackung. Er wurde wohl nur für die Zugpackung 29855 produziert. Und wenn er angeboten wird, dann wurde er wohl immer dieser Packung entnommen. Dann kommen wir sozusagen zu einer meiner Lieblingsvarianten, dem dunkelblauen Aralwagen. Und zwar die 4646. Deshalb einer meiner Lieblingswagen, weil ich den in meiner Jugend in den 70er Jahren schon hatte. Märklin hat ihn produziert ab 1968 bis insgesamt 1987. Die dunkelblaue Version ist hier die erste Variante. Und diese wurde produziert von 1968 bis 1971. Und unter der gleichen Nummer der 4646 gibt es dann den hellblauen Aralwagen. Das müsste hier die sechste Variante sein. Diese wurde dann gebaut von 1979 bis zum Ende der Produktionszeit von 1987. Dann kommen wir hier schon zu meinem nächsten Neuzugang. Und zwar die 4647. Ein Wagen mit der Aufschrift Bayer Gleiser Entkrautung mit Ustinex. Auf der linken Seite in gelb ist leider ein bisschen schlecht zu lesen auf dem weißen Untergrund. Davon hat Märklin zwei Varianten angeboten. Und das hier ist die erste Variante. Und diese stammt von 1975. Und dann kommen wir zu der nächsten Variante hier von BP. Auch wieder einer meiner favorisierten Farbgebungen bzw. Bedruckungen der Wagen. Hängt auch wieder damit zusammen, dass ich den in den 70er Jahren in meiner Jugend auch schon einmal zumindest hatte. Das ist von Märklin die Nummer 4644. Dieser wurde produziert ab 1967 bis ins Jahr 2002. Ich glaube, es ist auch mit der meistverbreitetste Wagen, weil er einfach mit Abstand über den längsten Zeitraum in dieser Farbvariante produziert wurde. Und hier haben wir dann die erste Variante dieses Wagens. Und zwar wurde der produziert von 1967 bis 1976. Und der Hauptunterschied zu den anderen Wagen ist, auf unserem schwarzen Zuglaufschild hier auf der linken Seite, ist die Beschriftung BP Benzin und Petroleum AG Hamburg. Und hier haben wir dann die zweite Variante dieses Wagens. Diese hat jetzt hier die Beschriftung Deutsche BP Aktiengesellschaft. Und wurde produziert von 1977 bis 1992. Ansonsten ist der Wagen, soweit ich es erkennen konnte, exakt gleich. Das einzige ist diese unterschiedliche Beschriftung. Und dann kommen wir hier zur dritten Variante dieses BP Wagens. Immer noch unter der Nummer 4644. Die Beschriftung auf der Seite lautet jetzt BP Transport und Logistik GmbH. Der Wagen hat jetzt Kurzkupplungen. Und das BP Zeichen hat sich hier auch verändert. Dieser wurde produziert von 1992 bis 2002. Und hier habe ich die ältere und die neueste Version auf der rechten Seite dann nochmal nebeneinander gestellt. Und hier kann man also ganz deutlich erkennen, dass nicht nur das Schild sich in der Beschriftung ändert, sondern ganz markant das BP Zeichen sich hier geändert hat auf der rechten Seite des neueren Wagen. Da fehlen jetzt auch die Bremszeichen am Kessel. Und wie gesagt, wir haben jetzt hier die Kurzkupplungen drauf. Mir kommt der Wagen vom Kessel her größer vor. Das ist aber eigentlich exakt alles gleich. Es ist nur die etwas hellere Farbe, die diesen Kessel für mich aber einen Tick größer erscheinen lässt. Aber das ist eigentlich nur eine optische Täuschung. Und hier habe ich für die drei unterschiedlichen Varianten der BP Ausführung dann auch die Original Schachteln. Und zwar ganz oben für die erste Variante eine Box aus 1973, die zweite Variante eine Box von 1981 und unten die neueste Version, die passende Packung von 1995. Und hier haben wir dann den nächsten Neuzugang und zwar wieder unter der Nummer 4642 mit der Aufschrift Alles klar mit Korn. Das ist die zehnte Variante von der 4642. Hat hier auch schon Kurzkupplungen. Der Wagen wurde produziert von 93 bis 97 und ich habe hier eine Box von 1993, sodass es einer der ersten Wagen sein muss, die da produziert wurden. Und da das sozusagen schon die zehnte Variante ist, habe ich jetzt auch mal ein Foto rausgezogen von der ersten Variante. So wurde der 1967 in der VTG-Variante produziert von Märklin. Diese habe ich allerdings selbst noch nicht. Es fehlen dann zwischen der ersten und der zehnten noch weitere. Ich habe dann herausgefunden, dass es wohl eine 3V-Service-Variante gibt. Einen Wagen mit Metzger und einen mit Wacker. Aber die anderen Wagen fehlen mir hier noch komplett. Und auch der Kohl-Katalog schweigt sich darüber aus. Er hat wirklich nur die erste und die zehnte Variante im Katalog abgebildet. Die anderen Varianten kenne ich nicht. Ich werde versuchen hier auch noch im Laufe der Zeit das eine oder andere zu bekommen und zu finden. Aber aktuell hat das leider jetzt noch nicht funktioniert. In der gleichen Bauer dieser Wagen habe ich dann noch gefunden, die 4750. Und zwar einmal in der Variante Texaco. Diese wurde wohl von 1986 bis 1990 produziert. Und unter der gleichen Nummer, die 4750, wurde er dann mit der beschriftet. Und das war die Variante von 1991 bis 1998. Aber auch da bin ich noch am gucken, ob ich mir den einen oder anderen Wagen im Laufe der Zeit dann noch zulegen werde. Es gibt dann wahrscheinlich noch weitere Varianten aus diversen Zugpackungen, die ich allerdings jetzt nicht habe bzw. auch noch nicht zuordnen konnte. Von Primax wurde diese Wagenvariante wohl nicht übernommen. Da gab es nur, wie hier auf dem Bild auf der linken Seite, dann die alte Variante der Wagen. Und die beiden neueren Varianten hier in der Mitte bzw. auf der rechten Seite wurden, soweit ich weiß, nicht ins Primax-Programm aufgenommen. Wenn da aber jemand mehr weiß oder andere Informationen hat, wäre es schön, wenn du mir das in die Kommentare schreibst. Weil das nirgends so wirklich hinterlegt ist, sondern man kann das dann nur im Grunde anhand von Katalogbildern bzw. Bildern, die im Internet kursieren, versuchen zu recherchieren und herauszufinden. Aber ich habe die beiden Wagen in keiner Primax-Variante bis jetzt gefunden. Ich werde noch den Rest der Packung hier komplett sichten und werde bei Gelegenheit ein weiteres Video drüber machen, wenn ich die ganzen Wagen ausgepackt und gesichtet habe. Bei zwei habe ich mir erst mal die Kupplung jetzt noch nachbestellt. Und das war es dann hier mit meinem Video über meine Kesselwagen-Neuerwerbung für meine kleine Anlage. Wenn ihr weitere Informationen habt über diverse Varianten und ähnliches, wäre es schön, wenn ihr es in die Kommentare schreibt. Das würde mich sehr freuen. Ansonsten danke ich euch wieder fürs Zuschauen. Demnächst gibt es dann wieder mehr und bis gleich.